Hallo, ich bin Tanja und ich habe mir im Juni den Kurs von Philipp gekauft und möchte kurz meine Meinung zum Kurs geben. Warum ich Philips Kurs gekauft habe? Weil ich schon lange nach einer Geschäftsidee gesucht habe, mit der ich mich selbstständig machen kann und auch von überall aus arbeiten. Mit Philips Kurs konnte ich dafür den Grundstein legen und dann auch einen Schnellstart hinlegen, weil ich nach einem Monat, nachdem ich den Kurs gekauft hatte, meine eigene Marketingagentur auch schon gegründet habe und dann zwei Wochen später bereits meine erste Kundin gewonnen habe, was mich super glücklich gemacht hat. Und ja, wie ging das? Ich habe mir zuerst das technische Wissen angeeignet in Philips Kurs. Das war dort super erklärt. Ich konnte das Schritt für Schritt ganz einfach nachmachen und mir alles aneignen. Also da, glaube ich, gibt es für überhaupt keine Probleme. Philipp, das hast du toll, echt toll gemacht. Dann gibt es noch Verkaufs- und Vertriebstipps im Kurs, die mir besonders geholfen haben und von denen ich auch besonders profitiert habe, weil ich einfach mich sicherer gefühlt habe in der Kundenansprache und was dann auch zu Gewinnen von noch mehr Kunden geführt hat mittlerweile. Dann ist eine große Hürde auch das Mindset. Da hat Philipp einen extra Bereich im Kurs, wo er nur aufs Mindset eingeht, wo er einen nochmal richtig einstimmt in diese ganze Selbstständigkeit und in die Erfolgsmentalität. Also wirklich super. Kann man auch wirklich gut nachvollziehen und sich da viel rausziehen auf jeden Fall. Und besonders überragend finde ich auch die Facebook-Mastermind-Gruppe. Da kann man immer reinstellen, wenn man irgendwelche Fragen hat und Probleme. Und es kam wirklich nie vor, dass ich länger als eine bis zwei Minuten gewartet habe, um da für eine Antwort oder für meine Probleme und Fragen eine Antwort zu bekommen. Also bahnbrechend, wirklich überragend, was da an Teamgeist und an Helfergeist vorhanden ist. Und die Mittwochscalls sind auch super. Da kann man dann auch in die Teamabsprache gehen. Man kann mit Philipp sich Rat holen. Man kann wieder ein bisschen neue Sachen lernen von Philipp und vom Team. Also wirklich ein richtiges Plus. Und es gibt auch einen ordentlichen Motivationsschub, um nochmal in die nächste Woche dann richtig mit viel Energie zu starten. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und so würde ich sagen, alles in allem hat Philipp da einen überragenden Kurs geschaffen, den ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Und ich finde es super. Also ich habe viel gelernt und lerne auch immer noch viel und kann das nur jedem weiterempfehlen, der auf sowas auch Bock hat. Also an dieser Stelle vielen Dank, Philipp. Ich finde es geil, was du machst und ich bin froh, dabei zu sein. Und ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die sich auch dazu entscheiden.